jo meine freunde was geht ab seit längerem kein video mehr es hat sich sehr vieles geändert also ich habe sehr viele super magical chesten geöffnet und magic chesten und giant chesten ich ziehe ja jede woche eine habe ich noch alle angebote bis jetzt geholt ich bin richtig hoch gekommen mit dem deck ja langweilig aber es ist halt einer der stärksten ja und ich habe alle legis richtig nice da kann ich auch noch ein paar decks testen ich versuche das in den herbstferien die wir also die wir bald haben am freitag ist der letzte schultag nach mit zwei wochen ferien da versuche ich mal videos hochzuladen also wie ihren account post kauft von den gewöhnlichen immer 4 und von den ur3 auch wenn ihr sie nicht braucht ja und sonst kauft die angebote das hier ist unnötig kauft die angebote das beste ja den habe ich ihnen aus ein angebot bekommen 5 euro super magical chest arena 5 war das glaube ich ich habe ja noch mal gesagt dass ich ein turnier machen kann mache ich auch noch werde ich auch noch mal ankündigen ich wollte noch mal sagen dass ich auch noch da bin in drei tage kommt der das darauf freue ich mich auch schon das kann man den kann man ja durch eisgeist tauschen kostet das deck 3,5 würde ich sagen wir sehen uns bis nachher bis bald tschüss euer mr gamer lm